Hallo, es gibt etwas sehr Spannendes zu berichten. Und zwar halte ich gemeinsam mit Leica und dem Ars Electronica Festival eine Leica Fotografie Masterclass. Das Spannende daran wird sein, dass wir innerhalb des Festivals sozusagen ein eigener Punkt sind und wir können jetzt die Festival-Performances nutzen. Also ob es jetzt Performance-Fotografie ist, Festival-Fotografie, People-Fotografie, das Festival ist in der Post-City. Die Post-City ist ein aufgelassenes Post-Verteiler-Zentrum im Herzen von Linz und dort werden wir auch fotografieren. Schon allein das Post-Verteiler-Zentrum bietet Möglichkeiten, die enorm sind. Also hier ist Architektur und Stadt einfach wirklich extrem miteinander verknüpft und extrem spannend. Über das Ganze noch drüber werden wir mit Leica-Equipment, also einerseits mit verschiedenen Kameras, aber im Speziellen werden wir Leica S-Kameras haben. Ich habe hier die Leica M Monochrom, die eine oder andere M wird es sicher auch geben. Und wir werden eben wie gesagt mit Leica-Equipment diesen Workshop halten. Das heißt für jeden Teilnehmer gibt es für den Zeitraum des Workshops eine Leica SL zum Testen und damit zu fotografieren. Also das Ganze wird sehr, sehr spannend und ich zeige dir jetzt einfach einmal den aktuellen Stand der Webseite her und die wichtigsten Punkte. Auf meiner Webseite www.martin-dörsch.at oder wenn man hier einfach von martin-dörsch.at kommt, kann man hier dann auf Masterclass klicken. Also genau hier, da gibt es dann auch noch die verschiedenen Unterpunkte. Da findet man die gesamte Information, was es eben mit der Fotografie Masterclass as Electronica auf sich hat. Im Wesentlichen kann man sagen, dass die Masterclass am Donnerstag 7. startet und bis Sonntag 10. September 2017 geht. Das Ganze ist wie gesagt innerhalb des As Electronica Festivals eingebunden und ich halte diese Masterclass mit Leica gemeinsam. Das heißt, wir werden mit Leica-Equipment fotografieren und im Speziellen, wie schon erwähnt, werden wir Leica SL-Kameras für alle Teilnehmer haben. Schaut einfach einmal hier auf der Seite durch. Da gibt es dann einige Informationen zur Post-City. Das ist dieser gesamte Bereich hier. Da gibt es auch ein paar Bilder. Sehr bemerkenswert an der Post-City und etwas wirklich ganz, ganz Spezielles und Einzigartiges sind die Paketrutschen, die in einer riesengroßen Halle über mehrere Stockwerke hinweg noch immer platziert sind. Und diese zu fotografieren oder zu inszenieren, das wird wirklich sehr, sehr spannend werden. Genau, hier sieht man direkt neben dem Linzer Bahnhof ist die Post-City situiert. Und wie gesagt, schaut einfach einmal durch diese Webseite durch. Ich brauche da glaube ich nicht alles vorlesen. Aber im unteren Bereich von der Masterclass-Seite gibt es hier die Effekte zusammengefügt, also das Datum, wie das Ganze jetzt in den Blöcken aufgebaut sein wird, mit welcher Software wir arbeiten, vorrangig Lightroom und Photoshop, aber auch genauso Capture One Pro werden wir uns anschauen. Wie gesagt, wir werden von Leica, Leica SL Kameras zur Verfügung gestellt bekommen für den Workshop und Olaf Wolf wird uns hier ja wirklich sehr, sehr viele Infos zum Verwenden dieser Kamera geben. Genau, der Kostenpunkt ist hier jetzt auch aufgelistet und wenn man jetzt dabei sein will, dann kann man sich bewerben. Also ich klicke mal hier jetzt drauf auf Bewerben. Da kommt man auch hier hin, wenn man auf die Masterclass und dann auf die Bewerbung geht. Ich möchte nämlich maximal zwölf Teilnehmer haben und damit auch wirklich etwas weiter geht und wir ein möglichst vernünftiges Niveau haben, ist es quasi aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll, dass ich hier so eine Art Aufnahme habe. Das heißt, bitte schickt mir einen Link zu euren Arbeiten und das kann jetzt eine Webseite sein, aber auch genauso ein 500px, Instagram oder Flickr-Profil oder ähnliches, damit man einfach sieht, was ihr für Fotos macht. Dann vielleicht ein kurzes Motivationsschreiben, warum ihr hier dabei sein wollt. Das könnt ihr einfach hier einfüllen, also einfach euren Namen, eure E-Mail-Adresse und in der Nachricht tippt ihr einfach mal quasi eure Links rein und schreibt mir einfach, warum ihr dabei sein wollt. Die Bewerbungsfrist geht bis 1. Juli. Das sehr, sehr Spannende an dem Ganzen ist, dass eigentlich diese Masterclass auch gleichzeitig eine Bühne für eure Fotografie ist. Und zwar wird es nämlich so sein, dass die Masterclass über verschiedene Blogs begleitet sein wird. Ars Electronica und Leica verlinkt auch auf uns. Des Weiteren werden wir Journalisten, internationale Journalisten haben, die auch Interviews mit uns führen werden. Und es wird auch auf YouTube Videos von Behind-the-Scenes, vom Workshop geben. Also das ist einerseits ein sehr, sehr großer Punkt, wo man eben euch und eure Arbeiten schon sieht. Aber noch wesentlich besser ist dann der Punkt Best-of-Masterclass Ars Electronica. Denn wir werden die Highlights von dieser Masterclass im Deep Space im Ars Electronica präsentieren. Und das Deep Space ist eine 16x9 Meter Wand und 16x9 Meter Bodenprojektion. Ich öffne da einmal das Bild und da sieht man, dass das wirklich, wirklich groß ist. Das Deep Space im Ars Electronica ist eine enorme Erfahrung, so muss man es sagen. Und wenn man hier dann die Fotos sieht, die wir gemeinsam oder ihr im Speziellen selbst gemacht habt, dann wird das wirklich sehr genial werden. Diese Veranstaltung wird dann danach sein und die werden wir gemeinsam mit Leica machen. Also das wird wirklich sehr, sehr speziell. Ja, was sind so die Themengebiete? Da gehe ich auch ganz kurz drüber. Wie gesagt, der Plan ist einfach, dass man durch diese Masterclass besser wird und sein bestehendes Wissen einfach noch weiter ausbaut. Und da wird es einerseits um Kameratechnik geben, andererseits werden wir das bestehende Licht nutzen. Wir haben ja hier ganz viele verschiedene Lichtsituationen, aber auch bei den Performances wird es verschiedene Lichtsituationen geben, auf die man eingehen muss, auf was man hier aufpassen muss beim Fotografieren. Das wird auch ein sehr, sehr großer Punkt sein. Wir werden aber auch genauso eigenes Licht setzen. Und zwar habe ich gemeinsam mit Profoto verschiedenes Profoto-Equipment hier, damit wir auch in den weitläufigen Geländen oder Räumen der Post City auch fotografieren können. Also eigenes Licht setzen ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich 50% sind die Aufnahme, aber auch 50% ist dann die Nachbearbeitung, beziehungsweise das Editing und das Entwickeln. Und da werden wir sehr stark mit Adobe Lightroom arbeiten, aber auch mit Capture One Pro. Wir werden, wo es sein muss, mit Photoshop arbeiten und uns auch, wenn gewünscht, die Alternative zu Photoshop Affinity Photo anschauen. Ja, das sind so einmal die Punkte, die technischen. Es wird aber auch um gestalterische Punkte gehen, sowie die Reduktion in der Vielfalt. Denn es wird wirklich sehr, sehr, sehr viel Verschiedenes zu entdecken geben bei diesem Festival zum Fotografieren. Wir werden sehen lernen, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, wirklich einerseits seinen eigenen Blick zu schuhen, aber auch andererseits Fotos so aufzubauen, dass der Betrachter eindeutig weiß, um was es in dieser Aufnahme geht. Sehr, sehr spannend wird auch das Experimentieren unter Experimenten sein. Der Spirit des Festivals, also dieses, ja, neue, moderne Technik, neue Verfahren, neue Ideen, dass wir das einfangen und auch quasi ein wenig unseren eigenen Horizont fotografisch damit erweitern werden. Und natürlich werden wir mit unseren Fotos Geschichten erzählen. Denn immerhin, obwohl es sehr stark um Technik geht, ist immer der Mensch der künstlerische und die kreative Kraft, die einem Bild das Leben einhaucht. Genau. Also, das ist hier die MD Masterclass Seite. Wenn ihr aktuelle Informationen haben wollt, schaut einfach auf dem Masterclass Blog vorbei und überlegt euch einfach dabei zu sein. Die Chance, hier quasi im ersten Durchgang der Masterclass dabei zu sein, ist eine sehr, sehr große. Also, auf die Bewerbung klicken und dann ein Teil der Leica Masterclass Ars Electronica sein.